Aber in meiner Jugend, als ich zwölf war, haben wir mal ein Spiel gemacht mit 16 Cola-Sorten. Ich habe, glaube ich, davon zwölf erraten. Wie groß? Erst mal riechen. Das ist wie bei Wein, man muss das schlürfen. Ziem Alkohol. Das ist ein Strepsim Cola. Schau mal keine Cola. Ich habe eine Vermutung. Das ist auf jeden Fall keine echte Cola. Das ist irgendwas anderes. Ich trinke so selten Cola, Leute. Ohne Witz. Ich trinke super viel Cola. Ich kann doch nicht alle Wassermarken. Du bist ja richtig hart. Ich kann nicht alle Wassermarken aufzählen. Das schmeckt doch alles gleich. Wow, das ist voll schwer zu erkennen. Irgendwie, ne? Das schmeckt schon mal viel besser. Ne, das finde ich irgendwie gar nicht lecker. Ich glaube, das ist die Nalko. Ich gebe schon direkt meine Tipps mit ab. Ich habe noch nie Pepsi getrunken, glaube ich. Die schmeckt auf jeden Fall süßer. Eigentlich machen wir die nur mit für Gratis-Gesteck. Das ist Fritz? Das riecht hier am intensivsten. Ja. Original-Cola? Das hier ist Fritz. Sag die war's echte Hübsterin. Ich komme aus Hamburg, ja? Das ist Cola. Das schmeckt sogar ich direkt. Ja. Und das ist auch krass, weil ich habe ja direkt gesagt, das riecht am intensivsten. Sogar ich, obwohl ich nie sowas trinke, das kann ich direkt sagen. Mir schmeckt auch einfach am besten. Wirklich. Ich weiß nicht, was die da rein müssen. Ich nehme irgendeinen Zaubertrunken, den wir da mit reinigen. Und mein Bauch ist voll. Ich habe noch ein Glas. Das ist Fritz. Also links auf jeden Fall am bubbligsten und am hellsten. Und das letzte. Aber dann müsste das ja Pepsi sein. Aber man meint, ist Pepsi so sehr bubbly? Nee, das schmeckt gar nicht. Was ist das denn? Boah. Eigentlich denkt man, das hat die meiste Kohlensäure, aber es hat irgendwie gar keine Kohlensäure, oder? Nee, das schmeckt auch total scheiße. Das ist bestimmt die billigste. Sinalco. Okay, ich sage Sinalco. Ich glaube eins ist Pepsi. Also was machen wir beim ersten? Ich sage Sinalco. Ich sage auch Sinalco. Echt? Oder meinst du gar nicht so schlecht? Das glaubst du ist Pepsi? Pepsi? Fritz Cola. Coca Cola. Original Cola. Coca Cola? Ja. Da haben wir Fritz gesagt. Heftig. Das ist originale Cola. Fritz. Sag hier einfach, dass es Fritz ist. Bei dem dritten? Ja, da sage ich auch Fritz. Nummer 3 ist auf jeden Fall Coca Cola. Ja. Sag ich auch Coca Cola. Nein, ihr habt einen Fehler gemacht. Das kann nie in dem Pepsi sein. Und das hier ist Pepsi? Die fand ich am allerleckersten. Ja. Und ich mag Pepsi eigentlich gar nicht so gerne. Ich auch nicht. Fritz. Pepsi. Das müsste Cola sein. Pepsi. Nummer 4 ist auf jeden Fall ekelhaft. Pepsi. Keine Ahnung. Ja. Ich glaube das ist Senalko. Ich ändere meine Meinung. Ich sage das ist Senalko. Nein, du hast alles falsch. 3-1 habe ich gewonnen. Keiner hat mit dir gewettet. Ich habe mit mir gewettet. Wuhu. Keine einzige richtig. Geil. Ja, wieder den Mund zu voll genommen. Aber geil. Ich mag Cola, ja ne. Ohhhhhhh. What the fuck? So schön mit dir hier. Ich hatte den letzten Tag meines Lebens erwischt. Ich hatte den letzten Tag meines Lebens erwischt. Ahhhhhhh.